Untertitelung des ZDF, 2020 Friedhof geboren wird, das geht zu weit, also diese Mauer ist hier für eine lange Zeit so zu lachen, wenn ich meine Bilder hier hinter euch, diese großen Köpfe, also ich habe hier nicht gepackt, um berühmt zu werfen und umzuhelfen, hier diese Mauer so zu lachen, weil an dieser Stelle sind, werden gestorben sind, diese Mauer war keine Kunstprojekte auf der südlichen Grenze und es muss auch so bleiben und man hier 24-Jährigen rauskommen sieht, es ist recht einmalig zu sehen, dass plötzlich diese Geschichte werden groß und die Politiker müssen sehen, ja, es reicht, wir wollen so nicht verarscht werden. Wir wollen so nicht verarscht werden, aber wir wollen so nicht verarscht werden, wir wollen so nicht verarscht werden, wir wollen so nicht verarscht werden, wir wollen so nicht verarscht werden. Untertitelung des ZDF, 2020